...heiß das Stehen. Willst du noch mehr Tote auf dem Gewissen haben? Hat dieses irre Pumpending grad den Wal getötet? Scheiße. Der Taubkopf ist das Neueste auf dem Demiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt ist es ein Hydraulik-Pumper. Hab ich das nicht gerade gesagt? Nicht das. Oh, nicht der Scheiße. Ich finde, ich habe das nicht gerade gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020